herzlich willkommen euren freunde zurück zu mein mikro muss ich bisschen drehen zu minecraft dungeons im letzten part haben wir den erzhafen gemacht und heute machen wir die kaktenenschlucht oder die witzermieder ne kaktenenschlucht machen glaube ich ich guck mal grad komm 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 wir machen das schon auf den schwersten schwierigkeitsgrad ich habe zwischendurch glaube ich nur ein bisschen gespielt also ich bin jetzt nicht viel stärker leute keine sorge ja aber das müssen wir eigentlich alles ganz gut hinkriegen gestern kam außerdem das neue dead by daylight ach so das haben wir schon gesehen das neue dead by daylight jetzt ich dachte am anfang ist ja kostenlos weil irgendwie konnte man das erst sehr 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 spät kaufen wirklich sehr sehr spät kaufen das war ein bisschen seltsam ich habe schon wieder den namen vergessen 8 kaktenenschlucht kaktenenschlucht machen wir ich habe natürlich immer eine lewe wieder wir können mal ganz kurz gucken wir haben eine bessere sprungfeder die habe ich mir da gekauft und sonst hat sie aber nichts geändert glaube ich der bogen ist glaube ich auch noch gleich oder ich weiß es gerade nicht aber es macht ja nichts da haben wir auf jeden fall schon ein paar oh nice das war natürlich wieder sehr schön oh gott das ist ein kleiner kleiner und die sind ein paar große aber die schaffen natürlich auch ein bisschen Geld einsammeln auch wenn wir es eigentlich nicht wirklich brauchen nicht auch nicht hat den blitzstab mit egal 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 so hallo schäfchen bisschen essen weil hier sind aber viele kleine mini zumbies ne weg mit euch oh gott jetzt habe ich blitz gemacht das wollte ich gar nicht naja ist ja denke ich nicht ganz so schlimm papagei ist immer noch bei uns das ist auch schön oh gott da ist ein creeper aber den haben wir locker easy bis jetzt läuft es noch bis jetzt läuft es noch sehr gut natürlich ich glaube hier war die böse hexe ich glaube es 100 prozent sicher bin ich mir dann doch nicht mehr oh gott aua das hat weh eben einmal ausreißen oh gott magier ist ja auch irgendwo aber keine ahnung wo hallo alter der hat aber viel ausgehalten wo ist der magier da ist er bam weg mit dir weg mit dir super oh gott machen wir mal so und dann bam oh wir hatten noch einen dings dingsi bumsi so du bist oh gott noch so einer hat daneben daneben du hast keine chance gibt es nur einen apfel ne ok das merke ich mir gut der eine ist runtergefallen oh gott okay die machen wir aber auch noch da hinten weg 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 mit dir hier ist nichts schade wie viele kissen gab es hier zwei und zwei versteckte naja super das wird ja hier wieder ein suchspiel leute oh sind da viele creepers äh mach mal so bitte und danach ne ich will irgendjemand mit mittiges treffen dich so habe ich glaube ich hab sie gedacht ach gott da sind ja noch sau viele am leben super die sind aber weg die sind weg eigentlich hätten hier zu bösen creepern dingsen müssen aber irgendwie doch nicht oh ich werde irgendwie relativ schnell das leben das fällt mir eigentlich gar nicht so auf oh gott oh apfel apfel ist gut geht mal weg ihr macht mir nämlich richtigen schaden das finde ich gar nicht so toll ja die park bleibt mal ein bisschen weg und ihr auch ja ja haben wir dann noch was nee ah das sind die toys aha och alter wie viele sind das hier so komm weg mit dir gut durch die wand ist immer sehr gut oh da ist ne kiste die schnappen wir uns gleich okay ein bisschen auffassen okay ein bisschen auffassen ah da äh oh mein gott oh gott sind da boah alter ne ne euch will ich jetzt hier nicht haben weg mit euch danke oh ne ich komm von hier links auch noch 10.000 stück so kiefer bitte geh weg danke danke weg mit euch wie viele seite bitte nervt mich gerade ein dezent ein wenig ja kommt kommt alle her kommt alle her da oben ist auch noch irgendwas da bitteschön weg mit dir du auch weg oh gott er lebt noch er lebt noch ach er lebt ja immer noch mein gott ey gut ich hab gar nicht drauf geachtet oh ist ne bessere waffe aber ich mag keine selbe deswegen lassen wir es mal oh daneben oh wir gehen weiter wir gehen weiter so du bist auch kein problem du 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 oh gott vorräte perfekt paar pfeile so weiter gehts dann links und rechts da waren keine heimnisse so gut kenne ich den dungeon dann doch noch auch ne das ist auch ne auch diesen ort hier den hasse ich das glaube ich mein haste sein vom level her weg mit euch heiß und fettig leuchtfeuer hier entzünden so weg mit dir ich weiß gar nicht wo der magier da überhaupt ist ach da hinten hallo alle die machen ja hier terror so ein levelausstieg hier der kleine da unten ja 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 schieß mich ruhig ab bringt dir eh nichts einmal herumlaufen bringt nicht ganz so viel deswegen gehen wir hier hin beziehungsweise versuchen hier hochzukommen noch mal ein paar dinger ne da ist auch nichts so haha haha bam bam und weg mit dir ah da gehen wir gleich hin ich glaube wir müssen da sogar hin weil kommen wir hier hoch kommen wir hier hoch ne ok dann gehen wir hoch ich komme ihr klein da oben ich komme keine sorge dauert nur ein bisschen oh ich habe gesehen links ist auch noch was da oben ok 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 ich komme ich komme gleich irgendwie hier hoch irgendwie ich weiß nur noch nicht wie aber irgendwo muss es ja hier wohl einen Weg nach oben geben warte mal eben ne geht nicht ja ah 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 wo gehst du weg du hast mir genug leid zugefügt warte hä warte wo geht es denn hier nochmal hoch ich weiß jetzt gar nicht mehr so ja ja du kannst versinken hier auch nicht bin ich grad blind oder stroh dumm meine hm wir gehen nochmal hier nach rechts hier komme ich auf jeden Fall nicht hoch ich meine ich kann hier drauf ne ne da schau mal nicht kann ich dich eigentlich auch von hier unten treffen ne ok hm hier ah hier komme ich hoch ok so jetzt aber weg mit dir so achso der ist schon aktiviert oder was wow hab ich das gewusst oder warte mal eben ah hier hinten ist noch was aha ja 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 schließ mich wirklich ab da da und aktiviert so hallo hallo na habt ihr mich vermisst ne ok ich auch nicht ich euch auch nicht oh Pfeile Pfeile nehme ich aber mit Pfeile nehme ich mit ja 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 du kannst da runter plumpsen so haben wir noch ein schönes Schaf und das war's dann können wir jetzt zum Tempel dü 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 war ist das echt schon mit den Lange ne ne ich glaube nicht ich glaube das war's noch nicht so so hier haben wir nochmal ein Säbel den wir nicht brauchen wer pfeift da eigentlich die ganze Zeit ist das mein Vogel oder bin ich das jetzt haben wir schon ein Geheimnis ne ja eine Truhe gibt's noch boah irgendwie schwitzen meine Hände gerade ich weiß nicht ich kann euch nicht sagen warum aber sie tun's so mal guck mal ich weiß dass ihr glaube ich nach zwei Schlägen wegst oh ne nach drei okay drei Schläge braucht ihr ist nicht schlimm damit kann ich leben so weg und weg und ihr da hinten bitte auch noch weg da ist der Kaktus im Weg so dann und nur noch eher kleinen äh Wüsten Zombies genau so war der Name oh ne nicht die haha oh Gott oh Gott eins ist erledigt äh so weg super aber oh Gott so das hätten wir geschafft puh das war schon also die Pferde sind echt hart finde ich aber es ist natürlich kein Problem ich hab das Gefühl meine B-Taste geht nicht immer ja aber dafür meine Pfeil-Taste oh ich hab Fäust Dinge bekommen cool ist auch cool oh äh oh schade ach guck mal ich hab noch einen super ne 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 du triffst mich nicht der Creeper aber vielleicht ok ne der Creeper auch nicht super sehr gut oh ich wollte ihn gar nicht damit töten aber ist nicht schlimm oh Gott der hat mehr ausgehalten als ich gehofft hatte na na so lasst mich mal hier alle oh ne ein Verzauberter ok ok der Verzauberte ist weg super äh hier bitteschön oh Gott das war für einer und weg greift er ok er konnte mich nicht angreifen das ist sehr gut aber dafür dieses hässliche Skelett da oh Gott da ist denn noch eins oh Gott aua oh Gott das macht ja schaden bleib bloß da hinten bleib bloß da hinten bleib bloß da hinten ihr könnt auch da hinten bleiben ey wo ihr herkommt man 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 weg mit dir bitte danke danke für die Blumen danke wie lieb von mir oh wurde die gar nicht wurde damit bam 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 guck mal nur einer nur einer hat von denen überlebt das ist doch was Gutes oder so wir stellen uns mal hier hin damit diese Skeletten die Skelettdinger uns nicht ganz so leicht treffen können haben wir schon wieder einen besseren Säbel bekommen so weg mit euch bitte und du auch weg bitte so hier hallo kommt mal hier hin bitte ich würde euch ganz gerne ich kann euch da gar nicht angreifen habt ihr Glück gehabt habt ihr tatsächlich Glück gehabt so so okay du 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 noch läuft es ganz gut aber nicht mehr lange denn nur Mut warte ich kann es da oh Gott dachte ich könnte es vielleicht drüber schmeißen ist nicht ganz so gut gelungen wie gedacht aber naja egal ach man sind hier denn überall diese scheiß Skelettviecher ich weiß es nicht so Schlüsse ist hier oh hier ist eine Falle okay so wir drücken einfach mal A oh Gott Creeper wow damit habe ich jetzt nicht gerechnet dass so viele Creeper auf einmal kommen oh jetzt habe ich meinen Trank aus Versehen benutzt wollte ich gar nicht aber ist nicht schlimm so und du auch noch weg dankeschön was das hier ne hier ist nur einer ach da jetzt aber dankeschön dich nehme ich mal mit hier kommen bestimmt noch ein paar Gegner aber wie es so ist ne können die eh nichts die können einfach eh nichts so machen wir hier mal auf und guck mal guck mal guck mal die Leute da die die freuen sich ja richtig uns zu sehen mal unsere Fans ach man wie schön wie schön wie schön ist Panama ne richtig so dann aktivieren wir mal hier diese Dinger damit wir da rüber kommen ich meine wir können glaube ich auch so rüber genau aber für den Rückweg ne so Tranky Tranky Schlürfe und ja cool das waren sie dann wollen wir mal ne dann wollen wir mal oh Gott wir sind oh Gott äh ja gut ne ich glaube ich muss euch doch erstmal hier besiegen es sind doch mehr als ich gedacht hätte vor allem dieser komische Priester ist dabei wo ist da überhaupt hin da hinten ok ja komm gib auf weg mit dir danke der hat ein verzaubertes Schwert oder sah so aus achso ich habe ihn wieder ok dann können wir ja los schade dass er nichts gedroppt hat dazwischen boss äh eben einsetzen das ist ja noch alter als ob als ob der mich gestützt hat hä ist das Schloss wieder zugegangen und wieso sind jetzt hier wieder schon schon wieder überall diese Viecher ich habe das Schloss so geöffnet ich bin mir hundertprozentig sicher dass ich die Kacke da geöffnet habe so komm mit diesmal bleibt sie da bitte drin ja so so super irgendeinen Radius Erfolg geschaffen geschafft so weg mit euch da scheint irgendwas mitnehmen achso TNT ok cool so dann schmeiß ich mal da rein super weg mit euch schon wieder so viele creeper so hier creeper bitte weg danke der Rest kann auch weg so hier haben wir wieder oh gott hier macht guten Schaden so oh ups so ok da kommt wieder eine creeper hier und hier ok also von den creepern muss ich mich wirklich in acht halten weil die können mich wo anhitten so ja aber noch noch geht eigentlich alles klar ich habe genug Pfeile für jede Art Problem habe ich eine Kiste übersehen? ne habe ich nicht so geh mal bitte weg danke bam 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 oh mach ich da mal ein Blitz und da auch ein Blitz und da auch ein Blitz so dann kann ich schießen oh 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 hier kommt ja hier von allen Seiten was ist das denn? ist ja unfair kommt ja auch nicht von jeder Seite ja hier ist hier hat nur einer ah doch haben doch noch ein paar überlebt ok so bitte so hier bitteschön noch ein Blitz sehr schön creeper ist zum Glück weg und super oh gott da ist schon wieder ein creeper hier bitteschön so creeper weg dann habe ich auch keine Angst da dann habt ihr auch keine Angst so du kommst auch oh man da ist schon wieder ein creeper so ja ich glaube ich glaube also ich habe irgendwie das Gefühl dass ich weniger Schaden mache wenn ich ein TNT dabei habe aber ich muss mal ganz kurz mal eine Handschütte und ich schläft sonst wieder ein ich habe glaube ich zu viel Animal Crossing heute gespielt ich habe es nämlich geschafft ein Piranha da zu fangen endlich nach Jahren gefühlt so ok hier weg mit dir aha da haben wir also das Schwein oh Gott oh nein das wollte ich gar nicht geh weg danke ich habe fast gestorben Leute fast aber ich habe es ach das ist doch nicht das Schwein ach man ey bleib doch mal weg was ist das denn jetzt hier oh ne da ist so ein Typ ne ich glaube ja oh Gott der ist weg puh das hätte auch schon wieder schief gehen können tatsächlich so äh äh dann schon wieder so ein Viech pfff hallo bleib mal stehen danke so äh mach den mal bitte schneller weg danke sehr schön puh das haben wir gut gemacht achso hier ist aber jetzt eh schluss ok hier ist aber nichts mehr obwohl das hier sehr sehr fragwürig aussieht da kommt bestimmt vielleicht im nächsten Schwierigkeitsding so eine Art Rune hin die man sammelt aber jetzt erstmal nicht hier haben wir noch ein Skillet hier auch und da auch super ich meine wir können hier eben reingucken aber Geheimnisse haben wir eh nicht mehr ah doch haben wir eins ein Geheimnis haben wir hier eigentlich noch aber ich glaube wir kommen jetzt hier eh zum Ende oder meine meine ja 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 oh oder doch nicht aha hallo herr wer kommt hier weiß es nämlich nicht mehr äh haha ha ha alter jetzt hab ich so viele dinge hab aber jetzt nicht mehr war es da schon und oh Junge ja oh Gott letzte Chance Leute da waren einfach gerade 10 Creeper vor mir ja so weg mit euch alter ich hab ihn oh Gott hier Blitz 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 Leute ich will keine Creeper hier haben danke oh oh Gott ich weiß es bringt gar nicht so viel ne oh ich hab ich aber du musst weg oh Gott er lebt noch er lebt noch er lebt noch er ist weg er ist weg ich schieße jetzt gerade einfach nur noch rein so wir gucken mal hier vorsichtig so ok das haben wir geschafft oh alter Schwede ey da ist der Ausgang oh Leute endlich wir haben es geschafft ich fass es nicht oh das war das war schon ein bisschen härter auf welche Schätze und Entdeckungen wirst du wohl darin stoßen simpler dies soll ein Stückchen härter indeed und 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 einen Horn habe ich bekommen, okay 65. Oh, 65 ist aber gut. Oh, die Rüstung ist besser. 35 Schandensperien. 800. Hat 2 Verzauberungen. Die hat auch 2. Dann würde ich sagen, die verwerten wir. Dann gucken wir mal, was wir hier verzaubern können. Geschossabwehr. Mit geringer Wahrscheinlichkeit wäre ein Geschoss abgewehrt. Du fügst deinem Gegner Schaden zu, wenn du durch den Schaden und Decker für jede 100... Ne, das brauche ich nicht. Im Brand, rasend. Öh, föh, föh, föh. Hm. Hm, 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 hm. Vielleicht nicht rasen. Und... Und vielleicht das? Zurückgeworfener Schaden. Ach komm. Nehmen wir auch mit. Super, Leute. Dann geht es beim nächsten Mal in... Hm, hm, hm. Ich würde sagen, in die Red Storm-Mien. Ja. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann, euer Kamito. Dort rein und ciao. Dort rein und ciao.